Hallo und herzlich willkommen bei Simons Welt. Was für ein toller Sonnenaufgang. Der letzte Tag im Jahr 2023 und dieser Sonnenaufgang. Ich freue mich schon auf 2024 und auch da werde ich wieder viele Themen behandeln und ich verrate schon dieses. Ich werde auch Reiseberichte bringen, mehr über Aquaponik schreiben und vieles andere mehr. Dieses Jahr, da haben mich einige Themen wirklich hart beschäftigt. Unter anderem auch das Thema Fachkräftemangel. Ja, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich hatte schon mal darüber geschrieben, über den Fachkräftemangel und über die Überheblichkeit von einzelnen Unternehmern. Und dieses Thema habe ich rausgepickt und über dieses Thema möchte ich jetzt noch ein paar Dinge sagen, die mir einfach wichtig sind. Also ich möchte heute keine Analyse unseres Arbeitsmarktes machen. Da steht man echt ferne. Das wäre mal ein ganz, ganz anderes Thema. Sondern mir geht es einfach darum, wie ich in diesem Artikel veröffentlicht hatte, ist der Fachkräftemangel, ist der Fachkräftemangel, ist der Hausgemacht. Ich habe vieles in den vergangenen Jahren beobachtet, gerade im Bereich Arbeitsintegration und ich habe auch so manchen Arbeitgeber und Unternehmer beobachtet. Und da sind mir verschiedene Dinge aufgefallen. Zum einen, wie geht man mit seinen Angestellten um. Also in bestimmten Betrieben, da sind Weiterbildungen ein Fremdwort, da ist ein 13. Gehalt ein Fremdwort. Gehaltsverhandlungen, Erhöhungen nach Jahren sind so eine Art Tabuthema. Und da stellt man sich auch die Frage, warum? Viele Arbeitgeber, die bauen ja grundsätzlich vor. Die sind immer am Jammern. Immer am Jammern. Die Umsätze stimmen nicht. Man bekommt nicht das passende Personal. Dann sind wieder zu viel Aufträge, die man nicht abarbeiten kann. Und dann werden Materialien nicht geliefert. Und weiß ich was. Und dann natürlich die bösen Kunden. Mancher der Zahl zu spät. Also es wird immer gejammert. Und ich frage mich, wenn man mal die einzelnen Punkte genau anschaut, ist das eigentlich so? Überhaupt dann, wenn es um das Thema Geld geht. Natürlich die Förderung von Arbeitskräften, das kostet Geld. Da muss man investieren in Arbeitskräfte, in Fachkräfte. Und so eine Weiterbildung ist ja nicht umsonst. Da fällt der, in der Zeit der Weiterbildung, da fällt die Fachkraft aus. Die muss man ersetzen. Und zu guter Letzt muss man die Weiterbildung ja auch noch finanzieren. Aber warum ist das was? Warum wird da immer gejammert? Ich denke, dass ich in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland eine Mentalität unter Arbeitgebern eingeschlichen hat, die sich darauf verlassen hat, der Arbeitsmarkt ist voll, es gibt genügend die Arbeit suchen und somit kann man die Bedingungen bestimmen. Und in manchen Branchen ist das richtig hart gewesen. Ja, da wurden dann teilweise Angestellte behandelt wie Arbeitssklaven. Auch diese Politik mit den Zeitarbeitsfirmen. Ja, ich habe manchmal, und das sage ich hier auch in diesem YouTube-Film, ich habe manchmal gesagt, das ist wie so eine Art moderne Sklaverei. Weil zu guter Letzt, was bei dem Arbeitnehmer geblieben ist, das war in der ganzen Zeit, bevor dann der Mindestlohn eingeführt wurde, weit unter dem Level des Mindestlohns, den wir heute haben. Und dann muss man sich mal überlegen, die Diskussionen, die wir hatten, darf man jetzt den Mindestlohn um ein paar Euro erhöhen oder nicht? Und zu welchem Geld arbeiten jetzt viele vom Mindestlohn? Ja, richtig, ich spreche jetzt hier nicht unbedingt von Fachkräften. Aber wenn die Wertschätzung nicht hier bei den Arbeitern schon beginnt, wie ist das dann später bei den Fachkräften? Ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit jemandem, der sich irgendwo beworben hat und dann hat er gesagt, das und das sind meine Gehaltsvorstellungen, aber ich weiß schon, es wird nichts, weil das wird mir eben nicht bezahlt. Und er hatte eine Ausbildung, wo er das sehr gut verlangen konnte. Also was macht dann so eine Fachkraft? Die sucht sich was anderes oder sie macht sich selbstständig? Und jetzt möchte ich mal einen Gedanken spinnen. Und dieser Gedanke, der ist vielleicht gar nicht weit hergeholt, weil das könnte sich zu einem Trend entwickeln. Nehmen wir mal an, ein Betrieb, vielleicht ein mittelständischer Betrieb, ist angewiesen auf Fachkräften. Häufig ist das so, dass diejenigen, die immer auf der Baustelle sind oder die produzieren und so weiter, die könnten das alleine machen. Die bräuchten gar nicht einen Chef. Wenn die sich zusammenschließen würden, wenn zum Beispiel auch noch jemand vom Einkauf mitmacht oder dann vom Verkauf und wenn sich das dann rumspricht, dass man hier, dass Mitarbeiter sich zusammengeschlossen haben, zum Beispiel eine GmbH gegründet haben gemeinsam, dann würde jeder mehr verdienen. Ist eigentlich eine einfache Rechnung. Ja, jetzt wird ein Aufschrei sein unter den Unternehmern. Ja, das bekommen die nicht hin. Doch, doch, das würden die hinbekommen, weil die schmeißen ja den Laden so oder so. Und der Chef ist Tennis spielen. Oder vielleicht auch nicht, aber mancher Chef vielleicht schon. Also zu was braucht man dann überhaupt diesen Chef? Den braucht man eigentlich gar nicht, den könnte man ausklammern. In vielen Unternehmen läuft das nämlich so. Es wird immer ums Geld gejammert. Aber wenn man dann mal ganz genau hinschaut, dann gibt es eine Tochterfirma, dann hat man investiert in noch ein anderen Unternehmen. All das Geld, was produziert wird oder was generiert wird in dem Unternehmen, das fließt ja nicht zu guter Letzt zu den Mitarbeitern, die es erwirtschaftet haben und natürlich zum Chef, der sich dann auch einen Lohn zahlen kann. Nein, nein, dieses Geld, ein Großteil davon sogar vielleicht manchmal, das wird wieder irgendwo anders investiert. Und von den Gewinnen, die man dann durch die anderen Investitionen macht, da kommt bei dem Mitarbeiter ja unterm Strich nichts an. Was ist da passiert in den vergangenen Jahrzehnten? Nehmen wir doch das Beispiel Karstadt. Wurde saniert und da wurde Geld rausgezogen. Ich habe mich mit Karstadt, mit der Problematik wird nicht so intensiv beschäftigt. Aber ich weiß, dass Karstadt, die Mitarbeiter dort, die könnten den Laden alleine schmeißen. Aber der Investor, der hatte andere Pläne oder hat andere Pläne. Also, der Trend, er geht in die Richtung, dass sich Mitarbeiter in Betrieben zusammenschließen und sagen, okay, kein Problem, wir machen uns selbstständig. Dieser Betrieb, der geht mit uns nicht fair um. Dann machen wir es besser. Und meine Hoffnung ist, dass dieser Trend sich tatsächlich fortsetzt. Ja, ich weiß, das schmeckt vielleicht jetzt dem einen oder anderen Unternehmer nicht. Aber ich denke, wenn hier Anreize gesetzt werden würden, an Firmenbeteiligungen zum Beispiel, an fairer Bezahlung, an Förderung, dann müssten sich angestellte Fachkräfte nicht andere Wege überlegen, um doch zu guter Verletzt den Lohn zu bekommen, den sie durch ihre Arbeit eigentlich verdient haben. Diesen Gedanken wollte ich euch heute mal mitgeben. Und den Gedanken, den kann man natürlich weiterspinnen. Und ich könnte viel noch dazu sagen, aber ich belasse es dabei. Geht einfach auf meinen Artikel auf Schimons Welt, da habe ich das auch nochmals ausgeführt. Und schön wäre es, wir würden auch da, also schreibt einen Kommentar, über dieses Thema diskutieren. So, und jetzt bleibt mir nur noch, euch ein gutes, neues Jahr zu wünschen. Viel Erfolg. Wer weiß, was in der Arbeitswelt euch für Chancen bieten. Und bleibt gesund. Und bis zum nächsten Jahr. Ciao. Bis zum nächsten Mal.